so und das ist jetzt eben until dawn rush of blood im grunde eine geisterbahn die man in playstation befährt und das hier sind keine taschenlampen sondern das ist knarren die man hier hat und ja jetzt geht es gleich los in die geisterbahn das wird echt spannend glaube ich vor allen dingen weil es nicht selten schocker drin hat das ganze okay ich kann auch die die schiene beleuchten das ist gut es ist komplett düster ok holz von ladezeit aber bin ich froh keine schocker ok jetzt geht es weiter hotel ok hier ist schon mal sehr gut dass du sitzt hier irgendwo im schnee okay und durch schütteln von dem kontrolle kann ich eben na ja alter was ist das war ich habe abgekriegt bekommen ich hasse diese schocker von mir ist zu und blödes vieh habe ich nicht gesehen so muss ich ein bisschen drucken dass ich hier vorbeikomme du schon hier die ich mache ich fertig so jetzt habe ich auch doppelschrot flinte hier muss ich echt ausweichen dass ich mir nicht den kopf stoße so wua Waaaahin Ouh Wohh hoohh hoh uh they're cool Huurgh he Kol absent absent Uh! They're cool thereに Ouh Oh, wow, hier muss ich richtig drücken. Oh, hier sind unsere Hindernisse. Oh, oh, kommt ein Aufstieg. Oh, gleich kommt die nächste Achterbahnabfahrt. Oh, ich bin gespannt. Ah, hier kann ich wählen, welche Spur ich will. Unsafe, keep out. Okay, da gehen wir rein, da fahren wir rein. Oh je, ob das jetzt eine gute Idee war, in die Mine reinzufahren, ich glaube nicht. Oh, krass. Oh, krass, ist das eine echt krasse Aussicht hier auch. Auf jeden Fall ist es echt atmosphärisch und es muss sagen, hier das Tracking funktioniert extrem gut, also es ist jede Bewegung wird hier genau registriert, also es ist echt geil. Man muss auch, wie gesagt, hier immer ein bisschen zwischendurch mal ducken, sonst stößt man sich den Kopf. Das ist echt gut. Oh, oh, die Schienen hören auf. Nee, die geht, oh, die geht weiter. Oh, Hilfe, Abfahrt. Oh, oh. Das ist das Hotel. Oh, oh, die bewegen sich. Weg mit dir. Ich mag dich. Oh, das ist das. Bonus-Waffe gerade bekommen. Der schöne Magnum-Schammer. Das ist natürlich nice. Dann hole ich mir hier damit auch noch eine... Auch eine Magnus. Oh, geil. Das habe ich zwei fette Colts. Oh, das haut die Typen weg, hä? Ey, ciao, ihr doof, hä? Schrot, Flinte. Na gut, ich tausche die aus. Abwärts. Okay, jetzt kommt das Schweinehälften-Shooting. Der erste Schweinehälften-Schieß-Simulator 2017. Kommt ihr, Schweinehälften, ne? Ich schieße euch zusammen, ne? Äh, ih, voll Teufel. Was ich noch vergessen zu sagen habe... Äh, vergessen... Hab zu sagen... Das Ding hat einen 3D-Effekt. Wenn Zeug vor euch kommt, wie jetzt gleich diese... ...Frau... ...dann ist das echt gruselig, weil die ist wirklich... Man glaubt wirklich, die ist direkt vor euch dran. Äh... Oh, die Kettensägen gefallen mir aber gar nicht. Äh... Ja, man muss diese Teile hier wegschießen, sonst... ...komm ich ja in den Zug. Tja, so. Gut. Das ist hier mir zu ruhig. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh nein. Nicht gut. Nicht gut. Die sind gerade alle verschwunden. Das ist nicht gut. Es geht bergauf. Äh... Ich möchte gar nicht wissen, was hier passiert. Äh... 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 Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die abschießen soll oder was ich da machen soll mit denen. Keine Ahnung. Die tauchen auch plötzlich auf. Oh oh. Und er bewegt sich. Ja, schön, dass ihr noch extra langsam herumfahrt. Du schon wieder. Ich mach dich platt. Das Telekinese-Monster hat zugeschlagen. So, dann kann der Spaß jetzt losgehen. Okay, so, Bonus-Waffen. Okay. Oh oh, das sieht mir wie nach einer Arena aus. Nicht gut. Die Schienen hören ja auch auf. Jetzt geht hier der Tanz los. Oh, was zur Hölle. Ah, du bist wieder da. Schon klar. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ach, das ist jetzt. Oh, verdammt. Oh mein, verdammt. Oh, verdammt. Was ist das, was dieses Geist in einer tragen? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh verdammt. Oh, verdammt. Das weiß ich auch nicht mehr. lassen wir den wohnungswaffen dies aber nicht darüber dann ist eine bonuswaffe die kommen man so knapp war bestimmt so knapp bestimmt na gut okay das spiel macht mich fertig so die bonuswaffen die nehme ich jetzt noch nicht ja ich muss nicht du musst doch nehmen ich glaube sonst sind sie weg ich bin schon wieder so gut wie trug ist das gibt es doch nicht so ich schieße es mal im dauerfeuer darauf ich glaube das ist ganz gut weil ich glaube das ist der eigentliche boss wahrscheinlich das ist der typ nicht immer richtig ich vergesse mal irgendwie das nach in der panik ich bin gleich fertig ich glaube ich glaube dass du dich schon bald komplett erholst okay das war jetzt echt mal ein mega trip oh man leute hey das erschien es ist ja auch irgendwie erschienen als wäre das echt ewig gegangen jetzt oh man hey, ergebnis multi kill ach das ist mir egal dass er geben ist hauptsächlich auf das level geschafft oh man bin ich froh Juru, ich bin dem Horror entkommen. Mann, bin ich froh. Okay, wow. Das war echt ein Trip. Oh Mann, oh Mann, Leute.